Es wird noch mal kälter, der Wind und die Polarluft bringen uns ab morgen auch tagsüber fast nur noch Minuswerte in Bayern. Im Schnitt gibt es Minus ein Grad und es schneit am dritten Advent auch mal. Schnell informiert, sicher unterwegs. Bayern 3 Verkehrsupdate. So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, ihr habt gerade gesehen, der Sound kam hier aus dieser kleinen Anker-Bluetooth-Box. Hatte ich euch ja schon mal vorgestellt für den Malahit DSP-2, da man ja dort Bluetooth nachrüsten kann. Jetzt ist der aber aus. Und nur mein DSP-1 ist an. Das ist ja das Ursprungsmodell der Malahit-Reihe. Und ja, wie funktioniert das denn jetzt? Ja, ich habe euch ja erzählt, dass es bald möglich sein wird, vor einigen Wochen den DSP-1 mit einem anderen Prozessor nachzurüsten, um ihn dann weiterhin updatefähig zu halten mit der neuesten Software und so weiter. Ja, und es ist passiert. Ja, es ist passiert. Ich habe meinen DSP-1 zu Jochen Köster DC9DD geschickt. Der hat mittlerweile die neuen Prozessoren aus Russland bekommen und hat jetzt hier meinen DSP-1 als allerersten von Europa, beziehungsweise generell der erste außerhalb Russlands, nachgerüstet mit dem frischen Prozessor, somit auch mit dem frischen Bootloader und somit auch mit der neuen Firmware des DSP-1 aufgerüstet. Ihr seht es schon hier an der Menüführung, die ist ja ganz anders da wie bei der ursprünglichen Software, beziehungsweise Firmware des DSP-1. Wenn ich jetzt hier das Radiomenü öffne, sieht man hier gleich den Bluetooth-Button. Der ist klar, das war vorher nicht möglich. Jetzt mit der Umrüstung auf den neuen Prozessor ist es natürlich auch möglich, ein Bluetooth-Board nachzurüsten. Wie das nachzurüsten geht, da habe ich euch schon mal ein Video gezeigt über den DSP-2. Funktioniert im Grunde genauso, es sind ein paar andere Anschlüsse, aber da setze ich euch auch mal den Link zu dem Plan dazu in die Videobeschreibung, den Anschlussplan des Bluetooth-Boards. Ja, der Malahit ist sozusagen jetzt umgebaut. Ich werde euch jetzt auch mal ein Foto einblenden, wo so ein paar Bilder zusammengefügt sind von dem Umbau, von dem Herauslöten des Prozessors und so weiter. Ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Ja, nachdem dann der neue Prozessor drin war, konnte man dann hier diese neue Software oder Firmware draufflaschen auf das Gerät. Das ist allerdings auch etwas komplizierter beim ersten Mal. Bei den zukünftigen Updates ist das dann überhaupt kein Problem mehr, läuft dann so wie immer. Hier sieht man auch dann die Firmware-Version. Das ist jetzt die Firmware-Version des Malahit DSP-2. Hier könnt ihr das jetzt mal sehen. Das ist die Firmware-Version 2.20c. Das ist dieselbe wie für den DSP-2. Die Software unterscheidet sich jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss nur darauf achten. Ich zoome gerade nochmal raus. Man kann jetzt nicht einfach die Software nehmen vom DSP-2 und auf den DSP-1 flashen. Dafür wird eine extra Firmware gemacht, die angepasst ist an den DSP-1. Das heißt also, wer das machen lässt, nicht einfach die Software nehmen von dem DSP-2, dann versuchen wir darauf, das funktioniert nicht. Kann auch sein, dass das Gerät dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, immer dann die Angepasste. Von der Firmware her sind die jetzt im Grunde gleich. Und zwar, ihr habt das ja schon gesehen, hier die Grid-Funktion, die ist natürlich auch da. Und alles, was beim DSP-1 halt auch, beim DSP-2 halt auch vorhanden ist, ist da auch vorhanden. Es gibt eine Ausnahme. Das ist ja jetzt so die erste angepasste Firmware für den DSP-1. Und zwar hier ist der Button Power Antenna. Das ist der BIAS-T vom DSP-2. Das kann der DSP-1 natürlich nicht, weil die Hardware dafür nicht vorhanden ist. Also dieser Button ist ohne Funktion. Der wird auch in den nächsten Updates dann wahrscheinlich rausgenommen, nehme ich an. Weil er trägt keiner Funktion bei, weil der DSP-1 ja kein BIAS-T hardwaremäßig unterstützt. Also ist das natürlich Quatsch. Wie gesagt, Bluetooth kann er jetzt genauso wie der DSP-2, was ich euch ja schon vorgestellt habe. Und alles andere natürlich auch. Ihr seht dann hier auch schon, was ich auch ganz toll finde, die gesamten Speicherbänke vom DSP-2. Die Speicherbank-Funktion ist gegeben. Die Scanner-Funktion vom DSP-2 ist jetzt nun auch möglich auf dem DSP-1. Auch klasse Nummer, klasse Sache, gefällt mir sehr gut. Dann, ich zeige euch jetzt nur so ein paar Sachen. Dann natürlich den User Equalizer steht hier auch zur Verfügung. Ja, ich klicke jetzt mal an, dann könnt ihr das mal sehen, so. Also auch der Equalizer steht hier zur Verfügung. Wie auch alle anderen Funktionen des DSP-2, nur Ausnahme BIAS-T. Die, ja, braucht man auch fast, also braucht man relativ selten. Also ich brauche den BIAS-T sowieso relativ selten vom DSP-2. Ich finde es eine feine Sache. Ich finde es genial. Ich finde es super, dass gerade Leute, die jetzt nur dieses Gerät haben, nur den DSP-1 haben, dieses Ursprungsgerät, jetzt wieder, sage ich mal, auf demselben Level angekommen sind wie der DSP-2. Ja, der übrigens auch nicht mehr produziert wird, der DSP-2 wird nicht mehr produziert. Jetzt wird der Nachfolger, der DSP-3 mittlerweile produziert. Der hat auch so einige, ja, Futures mehr und sogar mit SD-Kartenfach und so weiter und so fort. Dazu mehr, wenn auch ich selber natürlich mehr weiß und mal so ein Gerät in der Hand gehabt habe. Ja, also wie gesagt, der Malahit DSP-1 ist jetzt sozusagen, ja, umgewandelt in ein DSP-2. Also ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, die Hardware-technischen Sachen, die bleiben gleich, also kein BIAS-T. Na klar, funktioniert nicht. Dann die Frequenzlücke von, ich glaube, das waren ja 250 MHz bis 400 MHz. Die hat der natürlich auch noch, ja, der DSP-3 hat ja nur die Frequenzlücke von 300 MHz bis 400 MHz. Die ändert sich hier natürlich auch nicht, das ist ganz klar. Das ist Hardware, ja. Aber ansonsten, alle Funktionen stehen jetzt bereit für den DSP-2. Den Umbau, wie gesagt, hat der Jochen DC9DD gemacht. Der hat ja die dementsprechenden Prozessoren jetzt bekommen. Und meins war, wie gesagt, das Erste, was jetzt außerhalb Russlands umgerüstet worden ist. Und ich habe bis jetzt noch keinen Fehler gefunden. Es ist noch nicht lange, der ist heute erst wieder bei mir angekommen. Bluetooth-Board ist schon drin. Also das Bluetooth-Board ist auch installiert. Das funktioniert auch alles, habt ihr ja gerade gesehen. Und, ja, ich bin wirklich total begeistert. Es ist im Grunde, wenn man das mal genau will, eine Wiedergeburt dieses alten Gerätes, ja. Dieses Gerätes, was ja auch schon lange nicht mehr produziert wird. Es steigt wieder auf die Gefilden, sag ich mal, auf das Niveau der moderneren, beziehungsweise der neueren Modelle, ja. Finde ich ganz klasse. Vor allen Dingen wirklich für die Leute, wo wir wirklich nur so einen besitzen. Und, ja, man jetzt die Möglichkeit hat, weiterhin die Updates zu genießen. Und zwar dieselben Updates wie der DSP-2. Die Anpassung der Software auf den DSP-1, das ist wohl relativ einfach und schnell gemacht. Deswegen, wenn eine DSP-2, wenn ein DSP-2-Update kommt, wird auch für den DSP-1 dann eins gleichermaßen rauskommen. Etwas angepasst natürlich, ne. Also ganz toll, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und ihr seht das hier schon, ne, solche Speicherbänke und Scanner-Funktionen, die gab es ja alles früher nicht für das alte Gerät. Und, ja, funktioniert wirklich top. Ich bin auch der Meinung, dass, ähm, der Touch irgendwie jetzt besser reagiert. Kann auch Einbildung sein, aber ich hatte so gleich direkt das Gefühl, ne, dass der wesentlich besser funktioniert. Wie gesagt, die Crit-Funktion, daran erkennt man gleich, äh, an diesem, an diesem, an diesem Netz hier, ja. Äh, erkennt man gleich, was da für eine Software drauf ist, ne, weil die gab es jetzt bis jetzt nur für den DSP-2. Also ganz genial, Bluetooth geht, alles geht. Also, wenn ihr das machen wollt, äh, also nur, nur zum Verständnis, umsonst ist es natürlich nicht, äh, die Prozessoren kosten Geld und das auch nicht wenig. Der Zoll kostet Geld, Versand kostet Geld und die Arbeitszeit ein bisschen muss man ja auch zahlen, ne, also, äh, ähm, muss man sehen, ne. Äh, äh, wichtig ist, ich kann jetzt auch keinen Preis nennen, weil, aus dem einfachen Grund, jeder DSP-1 ist ein bisschen anders da. Es gibt zum Beispiel DSP-1, die haben noch den alten Audio-Codec-Chip drin, meiner hatte bereits den neueren verbaut, der musste nicht gewechselt werden. Äh, äh, für die meiner Hitze nur noch den alten drin haben, das kann man aber vorher alles abklären, muss dieser auch noch getauscht werden. Und, äh, ja, das muss man natürlich dann alles abklären, das ist alles zusätzliche Arbeit, zusätzlich Material, ne. Äh, deswegen kontaktiert einfach den Jochen Köster, ich gebe alle Kontaktdaten unten in die Videobeschreibung und, äh, dann könnt ihr das auch machen lassen, wenn ihr Interesse dran habt, ja. Ich finde, es ist eine Aufwertung des Gerätes, das Gerät bleibt übrigens original, weil es ein Upgrade ist, was von dem Malahit-Team angestoßen worden ist und auch die Original-Teile, ähm, geliefert hat für dieses Upgrade. Also keine Angst von wegen für die Leute, die das auch als Sammlerobjekt irgendwo sehen, das Gerät bleibt original. Es wird, im Gegenteil, es wird einfach aufgewertet noch, ja, es wird, äh, aufgewertet. Ähm, beachtet das auch, wenn, äh, ihr das irgendwann mal vielleicht verkaufen wollt, ähm, schlägt sich das natürlich auf den Gebrauchtpreis nieder, ne, diese, äh, diese Umrüstung, dieses Upgrade, äh, da könnt ihr gleich etwas mehr verlangen, ne. Aber das soll ja eigentlich nicht der Grund sein, weil ich würde zum Beispiel, ich persönlich würde den natürlich nie verkaufen, ne, das ist ein super Gerät, gerade der 1er Malahit, äh, war schon immer, äh, eines meiner Lieblingsgeräte, ne. Ja, so schön der DSP-2 oder auch der DDC ist, der war immer schön, er ist schön handlich, klein, ähm, hatte auch super Funktionen, hat immer gut gespielt, ähm, und jetzt, ja, jetzt macht das noch mehr Spaß, ja, also ich bin jetzt schon die ganze Zeit da ein bisschen am rumspielen, der DSP-1 macht jetzt schon wieder richtig Spaß mit dieser neuen Firmware. Ja, als nächstes habe ich auf jeden Fall vor, den DSP-2 mit dem DSP-1 nun zu vergleichen, weil jetzt kann man die beiden Geräte wunderbar vergleichen, ja. Vorher war immer so ein bisschen, ja, konnte man nicht, ne, wenn die Funktionen doch relativ verschieden waren, ne, und die Software, konnte man das nicht immer, äh, gut vergleichen, sag ich mal. Ja, aber jetzt, äh, stehen diese beiden sich gegenüber und ich bin mal gespannt, was sich da ergibt. Da werde ich dann ein extra Video von machen, vielleicht sogar ein Live-Video, damit ihr im Chat mit dabei sein könnt und mir auch Fragen stellen könnt oder einfach auch Vorschläge geben könnt, was ich jetzt gerade testen soll, äh, was euch interessiert, ähm, was euch interessiert an Funktionen und so weiter, äh, bin ich schwer am überlegen, ob ich das in einem, äh, Live-Auftritt machen werde, äh, den DSP-2 mit dem DSP-1, ähm, zu vergleichen. Ich stelle die dann nebeneinander mit dem Antennensplitter und werde die dann, äh, auch über eine Antenne laufen lassen und dann können wir dann vielleicht zusammen diese Geräte mal, äh, gegenüberstellen, ne, es ist ja auch immer ganz interessant, muss ich nicht für mich alleine, äh, reden, äh, ich schalte, wenn, dann sowieso die Chat-Funktion frei, dann könnt ihr euch einloggen, ähm, wie das Ganze dann abläuft, bin ich mir noch nicht ganz 100% sicher, ich bin, äh, wahrscheinlich am überlegen, ob ich das über Twitch machen werde und dann dieses Live-Video aber auch nochmal auf meinen Live-Kanal, ähm, dann online stelle, ne, aber wenn ihr dann persönlich dabei sein wollt, müsst ihr halt direkt bei dem Live-Video euch einloggen. Das werde ich aber dann noch alles bekannt geben, wie, was, wo läuft und dann können wir das gerne mal zusammen testen und probieren und gegenüberstellen, diese zwei Geräte, die jetzt wirklich gleichwertig sind. Also ich kann diese Umrüstung des DSP-1 wirklich nur empfehlen, das Gerät macht jetzt noch mehr Spaß wie vorher. Also es macht wirklich Freude jetzt, mit dem umgerüsteten Teil, äh, zu arbeiten, zu horchen, ja, ähm, klasse. Gut, dieses Video als kleines Update, äh, ich hätte nicht gedacht, dass es noch vor Weihnachten funktioniert und, äh, wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich alle Funktionen mal durchprobiert, es geht wirklich tadellos und, äh, von Equalizer bis verschiedene Verso-Einstellungen, die Noise-Reduction funktioniert auch, ähm, das, ähm, optionale Board für den DSP-1 funktioniert auch, ja, ähm, hört man das Relais schön klackern, funktioniert alles. Gefällt mir wirklich klasse. So, wie gesagt, wer das umrüsten möchte, der sattelt sich mit dem, äh, Jochen Köster, wie gesagt, der macht ja so ein bisschen den EU-Service, äh, soll sich dann, äh, in Kontakt, äh, treten. Der, äh, sagt dann auch, was ihr alles erstmal so an Infos bringen müsst, damit man überhaupt weiß, was alles umzubauen ist, wenn es ein älterer DSP ist, ja, wo dann vielleicht der, äh, Audio-Codec-Chip noch mit raus muss und so weiter und dann, äh, sagt er euch das dann alles. Juh, das soll es mal für heute gewesen sein, ähm, das wird noch eine Weile dauern mit diesem Vergleich, ja, aber der kommt noch, zwischendurch werden jetzt noch ein paar andere Videos kommen, was nicht das Thema Malahit beinhaltet, ja, äh, äh, weil, ich hab jetzt schon so ein paar, ich hab ja jetzt ein paar Wochen kein Video online gesetzt, äh, weil ich so einiges, äh, am Testen bin, Ausprobieren bin, ein bisschen am Umbauen bin, gibt immer viel zu tun und, äh, da werde ich jetzt auch noch ein paar andere Sachen noch dazwischen machen, aber ich sag euch da rechtzeitig Bescheid, auf jeden Fall, wer es möchte, kann jetzt zuschlagen, ich weiß nicht, wie viele Chips der Jochen zur Verfügung hat, aber, ähm, wie gesagt, schau dir mal zu, ne, wie ihr das, äh, wollt, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Gut, dann macht's mal gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018